40 des Kollegen Brase. Bitte, Herr Staatssekretär. Sehr geehrter Herr Kollege Brase, Sie haben sich nach der Menge der Projektsteckbriefe erkundigt und dem Arbeitsaufwand. Es sieht so aus, dass mit Maßnahmen der Projektförderung das BMBF den Regierungsauftrag der Koalitionsfraktionen umsetzt. Seit Frühjahr 2009 informiert das BMBF über besondere Vorhaben in Wahlkreisen. Nachdem sie eben bewilligt worden sind, nochmal Bezug auf die Frage vorher. Diese Information über besondere Vorhaben im Bereich der Projektförderung ist ein letztlich kleiner Teil der umfassenden Kommunikation, die wir als Ministerium insgesamt in dem parlamentarischen Raum anbieten, für den insgesamt eine angemessene Stellenausstattung zur Verfügung steht. Sie haben erstmal das Wort zu einer Nachfrage. Sie verzichten, aber der Kollege Beck hat eine Frage dazu. Ich wollte nur wissen, welche Abgeordneten Sie jeweils bei einem solchen bewilligten Projekt informieren. Ob das alle Abgeordnete sind, die in diesem Wahlkreis kandidiert haben oder ob Sie grundsätzlich alle Abgeordneten aller Fraktionen, die in der Nähe des Wahlkreises wohnen, informieren oder ob Sie nur Abgeordnete der Koalition im jeweiligen Wahlkreis informieren. Ich habe das Wort. Danke schön, Frau Präsidentin. Herr Kollege Beck, das Verfahren ist wie folgt, dass wir nach Bewilligung von Projektförderung grundsätzlich alle Abgeordneten aller Fraktionen die Möglichkeit haben, über die Projektbewilligung sich zu informieren. Dafür steht eine umfangreiche internetbasierte Datenbank zur Verfügung unter dem Namen www.förderkatalog.de. Sie ermöglicht allen Abgeordneten, egal welcher Fraktion oder regionalen Herkunft, sich über sämtliche Projekte der Bundesregierung, auch des BMBFs zu informieren. Dies ermöglicht genau nach Stadt und Gemeinde und Empfängern eine entsprechende Information zu bekommen. Darüber hinaus ist im April 2009 vereinbart worden, weil die Anfrage aus den damaligen Regierungskoalitionen da war, genauere Informationen über Projektsteckbriefe zu bekommen, dass diesem Grund Schrechnung getragen worden ist. Und diejenigen, die sich geäußert haben, haben auch danach die Möglichkeit bekommen, entsprechende Informationen zu bekommen. Ich will also darauf hin, dass wir darüber hinaus auch die Landesregierungen über große Projekte, soweit sie regional betroffen sind, informieren. Natürlich unabhängig von der Zusammensetzung der Landesregierung, sondern nach der Frage, ob ein Projekt, ein großes Projekt, beispielsweise Spitzencluster in ihrem Umfeld, zum Erfolg gekommen ist. Der Kollege Alois Ruprecht hat eine weitere Nachfrage. Herr Staatssekretär, ich gehe davon aus, dass das Ministerium natürlich Fragen von Seiten Parlamentariern beantwortet. Wir von Seiten der Unionsfraktion haben Anfang dieser Legislatur für uns formuliert, dass wir neben der Möglichkeit, das im Internet einziehen zu können, das auch gerne schriftlich hätten, wenn in unseren Wahlkreisen Fördermaßnahmen laufen. Und deswegen ist es angemessen, dass wir auch darüber informiert werden. Meine Frage ist an Sie, nachdem der Herr Brase und an anderer Stelle auch der Haushaltsberichterstatt der SPD, der Kollege Hagemann sich darüber ein Stück beschwert haben oder das zum Thema machen, ob die beiden genannten Kollegen den Wunsch ans Ministerium formuliert hatten, über eben Projektfördermaßnahmen in ihren Wahlkreisen schriftlich informiert zu werden. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Ruprecht, es ist tatsächlich so, wir erhalten eine Vielzahl von Abgeordnetenfragen aus den verschiedenen Fraktionen, die wir uns bemühen, auch umgehend zu beantworten. Bei Herrn Brase habe ich das jetzt, wird es mir nachsehen, nicht im Kopf. Bei Herrn Hagemann habe ich es noch im Kopf. Herr Hagemann hat zu den geförderten Projekten in seinem Wahlkreis eine Anfrage gestellt, bezogen auf die Förderungen, die im Jahr 2010 in seinem Wahlkreis und einem Nachbarwahlkreis erfolgt ist. Und er hat 24 Stunden später eine ausführliche Ausarbeitung der gesamten Projektstecklisten erhalten. Und er ist ja auch sonst jemand, der intensiv nachfragt. Wir haben alleine im Jahr 2011 57 Anfragen vom Abgeordneten Hagemann bekommen, die sich wiederum in 150 Einzelfragen aufgeteilt haben, die die Beamtinnen und Beamten des Ministeriums selbstverständlich gern und ausführlich beantwortet haben. Danke, Herr Staatssekretär. Die Frage 48 des Kollegen Michael Gerdes wird schriftlich beantwortet, wie auch die Frage 49 des Kollegen Gerdes. Die Fragen 50 und 51 des Kollegen Dr. Dieter Rossmann, Ernst-Dieter Rossmann, werden auch schriftlich beantwortet, wie auch die Frage 52 des Kollegen Klaus Hagemann. Damit sind wir am Ende dieses Geschäftsbereiches und kommen zum Geschäftsbereich.